Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Clicker Heroes, wo wir mal gucken, was über Nacht so passiert ist. Wow, 116 Millionen Gold, die nehmen wir gerne. Da können wir uns jetzt nämlich eine ganze Menge Shit von kaufen, nämlich unter anderem... Ja, wir fangen einfach mal groß an, weil wir es können. Ich einfach mal mit dir und mit dir. Dann noch mit dir und auf den anderen müssen wir ganz kurz sparen. Aber damit sollten wir jetzt das hier ganz, ganz entspannt schaffen. Da brauchen wir nämlich ja eigentlich nur 400.000 für. 400.000? Nein, 400 Schaden. 400 Dp entnehmen. Doch, 400.000. Wir haben ja jetzt schon quasi eine Million. Oh Gott, ich... Das ist immer so ein klein bisschen verwirrend hier mit den ganzen Kommastellen. Das sind jetzt nämlich quasi schon 1.131.000. Also sprich 1,1 Millionen. Das springt nur erst, ich glaube, wenn es hier dreistellig wird, dann springt es glaube ich um. Irgendwie so um. Das heißt, wir sind aber eigentlich jetzt auch schon auf einem ganz guten Wege. Für den Level 27, äh, 27? Watt, für den Level 30 Boss. Wobei da natürlich noch einiges fehlt. Vor allem... Ach, Mensch, das Upgrade habe ich ja noch gar nicht gehabt. Ähm, das hatte ich ja am Ende der letzten Folge noch gekauft. Das ist dann aber so. Ja, das Spiel speichert automatisch alle 60 Sekunden. Und wenn man dann vorher ausmacht, dann... Ne? Ist das natürlich nicht mit bei. Man kann aber auch manuell speichern. Also man kann auf jeden Fall das Savegame exportieren. Das ist halt eine sehr gute Sache. Falls man nämlich mal aus Versehen... ...seine Browser-Cookies löscht... ...und dann das Spiel resettet ist, dann... ...ist das immer ganz gut, wenn man da noch so ein kleines Backup hat. Das werde ich jetzt auch nach jeder Folge auf jeden Fall machen, nachdem mir ja ein Spielstand, in den ich etliche Stunden reingebuttert habe, mal flöten gegangen ist. Das möchte ich eigentlich nicht nochmal erleben. So, ich würde sagen, wir holen erstmal hier so Kleinkram nach. Wobei, das bringt alles gar nicht so richtig viel. Das bringt auch nicht so richtig was. Naja... 2000 DPS. Also 2000k DPS. Das ist ja so... Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher. Und ich habe übrigens heute Nacht, bevor ich dann irgendwann mal pennen gegangen bin, noch ein bisschen die YouTube-Musikbibliothek durchforstet. Und ich hebe mir da was für später auf, aber es wird eine Folge geben. Holy shit. Ich möchte eigentlich noch nicht mehr verraten. Aber es wird super. Ich freue mich jetzt schon. Und das wird phantasterös. So, wie ich mein Glück kenne, klingelt jetzt auch während der Folge irgendwann die Post. Nicht, dass die Post nicht schon da gewesen wäre, aber ich warte eigentlich auf was, was heute kommen soll. Und nachdem ich die Post vorhin geweckt hat und nur Pakete für den Nachbarn hatte, erwarte ich irgendwie ein bisschen, dass mein Kram gefälligst heute auch noch ankommt. Fände ich sehr angenehm. So, ob wir Level 30 schon mal probieren? Ich bin ja skeptisch. Ich bin ja irgendwie dafür, uns das leisten. Gucken wir mal. Das kostet dann 2,5. Das nehmen wir nochmal mit. Das ist ja schnell geholt hier. Okay, das ist alles irgendwie nicht die Welt. Ähm, anyways, we try it. Ich habe nicht das Gefühl, dass das funktionieren wird. Gucken wir müssten ja bei 15 Sekunden ungefähr bei der Hälfte sein. Könnte was werden. Ah Gott. Ich kann doch so schnell nicht klicken. Verdammt. Natürlich alles umsonst. Vielen herzlichen Fuck. Fuck. Ah, erstmal wieder die Finger zurechtrücken. Moneys. Ach ja, die Schatztruhen. Eine gute Sache. Ähm. Oh, gleich zwei Schatztruhen auf einmal. Sehr schön. Ich glaube, ich möchte mir hier auch noch was holen. Das bringt nämlich im Gegensatz zu dem Rest ganz gut was. Wobei den Forrests hier auf Level 10 und das erste Upgrade bringt auch was. Das ist aber mal ganz dezent teurer, als hier ein Level zu kaufen. Und bringt auch mehr, aber trotzdem. Da hole ich mir lieber erstmal die 16 Millionen. Na komm. So, dann. Blöd, dass das so ein 10 Minuten Cooldown hat. Da komm ich doch auch nicht mit vorwärts. Das wird doch nichts. Wie schaut's denn hier aus? Hm, nicht so richtig geil. Wir gucken, ob wir hier oben noch irgendwas kaputt machen können. Mal gucken. Das kostet fast gar nichts. Da können wir zumindest noch ein bisschen was kaufen. Oh, das hat unseren Klickschaden auch mal deutlich erhöht. Das ist natürlich nice. Ah, oh, Klickschaden erhöhen. So. Kann ich mir das auch leisten? No I can't. So, und das kostet dann 4.000. Ach nee, 4 Millionen. Ach Gott, ja, ja. Ich sag jetzt einfach immer mal, ich werde das hier hinten einfach ignorieren. Großteils. Also, und dann halt immer jetzt halt einfach 4.000 sagen, weil sonst ist das einfach mit diesen ganzen verschiedenen, ne, komm ich dann irgendwann auch durcheinander. Klickschaden deutlich erhöht. Treebeast kriegt keine neuen Upgrades mehr, das heißt, wir machen einfach mal hier weiter. Ah, da kriegen wir Powersearch, das ist super. Das hatte ich völlig vergessen. So, für 2.000 kriegen wir da auch noch ein Skill. Der macht dann nochmal, ah, der erhöht auch nochmal unseren Klickschaden. So. Powersearch macht übrigens plus 100% DPS. Also, den Wert hier quasi verdoppeln. Was bedeutet, dass wir uns hier jetzt ganz entspannt zurücklehnen können. Die können wir sogar zweimal platt machen. Ach, und dann kriegen wir gleich noch ein Achievement für, das ist ja ein Träumchen. Ich bin mir übrigens nicht mehr 100% sicher, aber es war zumindest mal so, dass es, ich glaube, bis Level 104, glaube ich, so war, dass es, wenn man farmen möchte, weil man einen speziellen Boss nicht schafft, es, meine ich, Sinn macht, das Level vor dem Boss zu farmen. Ich weiß nicht, da hat sich bestimmt auch noch etwas dran geändert. Und ich glaube, danach war es irgendwie sinnig, den nächsthöchsten Boss zu farmen. Also, den höchsten Boss zu farmen, den man ohne zu klicken platt kriegt. Also, und jetzt, äh, das bringt alles gefühlt zu überhaupt nichts. Aber ist okay. Ah, nein, ah, jetzt habe ich die Truhe weggeklickt. Scheiße, das war dämlich. Aber okay, passiert. Das hier kommt bei, äh, 25. Na, meinetwegen. Kostet dann 10.000, was? Das lohnt sich überhaupt nicht, dafür, dass der 1% vom Schaden macht. Ist das total unnütz, aber ist okay. Machen wir trotzdem mal. Na komm. Nein, ne, eigentlich ist das viel zu teuer. Kann ich mir hier unten locker schon irgendwas leisten? Zum Beispiel hier erstmal weiter einkaufen. Eigentlich macht es auch Sinn, sich erstmal die Skills zu holen. Ich weiß nur nicht mehr, bei welchen Helden es die Skills gab. Das konnte ich mir irgendwie nie merken. Das ist immer so, ja, die Skills kommen dann irgendwann schon automatisch mit. Und letztendlich tun sie das auch. Also man braucht sich da jetzt nicht wirklich stressen, aber die Skills sind halt schon sinnig. So, hier erstmal 5 drauf. Ich habe immer so das Bedürfnis, dass die alle so einen glatten Zehnerwert haben müssen. Ab einem gewissen Punkt. Ich weiß nicht, ob ich mir deswegen Sorgen machen sollte, aber... So, ein Upgrade dazu. Ach ja, die gute Betty Clicker könnten wir dann eigentlich als nächstes mal auf 50 hochbringen. Dann bringt die nochmal 20 DPS insgesamt. So, beziehungsweise wenn wir uns dann den Spaß geleistet haben. Warum ist das alles so teuer? Ich kann das nicht befürworten. Das alles noch vorm Frühstück. Alright, so. Dann haben wir auch gleich Level 34 erreicht. Man kann übrigens immer auch schon an der... Gibt es ein deutsches Wort für Killspeed, was nicht scheiße klingt? Ich glaube nicht. Man kann direkt am Killspeed vom Level 4 dem Boss eigentlich erkennen, okay, schaffe ich den Boss ohne größere Anstrengung oder eher nicht so. Und wenn der Lebensbalken hier in der Geschwindigkeit runtergeht, kann man sich sicher sein, nein, das wird nichts. Ziemlich sicher nicht. Mir fällt gerade ein, ich kann noch ein bisschen was zu den Hero-Leveln erzählen. Die bringen nämlich... Oder das Hochleveln bringt nicht nur, dass die mehr Schaden machen, sondern das hat auch noch zwei Eigenheiten, von denen wir, naja, im Moment noch so halbwegs entfernt sind. Zum einen ist es so, dass die Helden ab Level 1000, also mal abgesehen von Sid, also vom Ersten hier, ab Level 1000 kriegen die massiven Schadensboost. Es ist in der Tat, ich glaube, ab Level 200 schon so, dass sie, ich glaube, ab Level 200 gibt es den vierfachen Schaden, dann gibt es für 225 den vierfachen Schaden. Kann auch sein, dass das erst ab 400 anfängt, ich bin mir gerade nicht sicher. Müsste ich dann nachher nochmal gucken, wenn wir irgendwann so weit sind. Auf jeden Fall gibt es dann immer in 25er-Schritten den vierfachen Bonus. Also sprich, wenn er jetzt 200.000 Schaden macht, macht er dann 800.000 Schaden, dann 3,2 Millionen und so weiter und so weiter. Und das summiert sich halt irgendwann und ab Level 1000 gibt es dann sogar den zehnfachen Schaden. Und das haut dann bei den meisten Helden ziemlich rein. Also das lohnt sich dann schon, muss man aber natürlich entsprechend lange darauf hinsparen. Also irgendwann passiert das im späteren Spielverlauf natürlich automatisch, irgendwie. Aber bis dahin dauert. Also bis man sich das das erste Mal leisten kann, muss man doch ein bisschen Zeit investieren. Aber es lohnt sich dann definitiv. So, wo können wir denn hier mal weitermachen? Hier auf jeden Fall. Und die andere Sache ist, Hero Souls bekommt man nicht irgendwie automatisch durchs Ascendance, sondern... Ist das hier jetzt schon aufgelistet? Naja, so halb. Also man kann hier sehen, Total Hero Levels ist im Moment 648. Also alle Helden zusammen sind halt 648 Level. Und für jede 2000 Helden Level kriegt man bei der Ascension eine Hero Soul. Scheint erstmal viel zu sein. Geht aber einigermaßen. Uh, Upgrade. Das können wir uns leisten, das ist sehr schön. Hätte wir trotzdem noch ein bisschen sparen müssen. Oh Gott, dass ich mir halt auch nichts leisten kann, ne? So, um 10er packt es hier halt irgendwie nichts drin. Ja, ich könnte mir bei Brittany jetzt halt weitere Level kaufen, aber das ist im Moment so meh. Weil bei der ist halt bei 75 das letzte Upgrade, da kommt halt erstmal nichts mehr. Von daher... ...möchte ich, glaube ich, lieber anderweitig investieren. So, was bringst du? Hm, du bringst jetzt eigentlich nicht mal so richtig viel. Wohin ging du? Ja, das nimmt sich alles irgendwie nix mehr. Also wahrscheinlich würde es schon Sinn machen, hier einfach erstmal die nächsten zu kaufen. Aber hey, wozu denn? Wir haben ja Zeit. Oh Gott. Pro Zeit, ich glaube, ich lasse das hier auch nochmal ein klein bisschen eideln und kann dann auch mal irgendwie ein bisschen klarkommen. Ich bin immer noch so ein bisschen matschig und ich glaube, ich besorge mir dann erstmal irgendwoher Frühstück und schwimme mich unter die Dusche. Das ist, glaube ich, ein extrem guter Plan. Dann fühle ich mich auch nicht mehr ganz so matschig und in der Zeit kann das hier ein klein bisschen eideln, sodass ich mir dann hoffentlich irgendetwas Sinnvolles leisten kann. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Kann ich hier noch kurz irgendwo Geld ausgeben? Ja, für dich. Und dann können wir uns das Upgrade noch leisten und... Ach, kriegen 300 Achievement, ein Traum. Das ist doch alles wunderbar hier. Ja gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, hoffentlich. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zugucken, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.